Na ihr Vollidioten, nicht kämpfen, was macht ihr da? Ja okay, du opferst dich mal. Guter Plan. So, jetzt sind noch zwei Eisenschnebel übrig, aber okay. Die haben erst mal zumindest den Angriff abgewehrt. Immerhin. Okay, das ist jetzt nicht so cool. Ich muss wieder zurück. Kommen wir grad wieder Besuch. Ja, klar. Vinoxi, kommst du klar? Ich denke mal, ne? Sieht nicht wirklich gut aus. Geil! Ha! Ich hab's geschafft, ich hab doch noch einen Platz gefunden. Doch, doch, das wird noch, keine Panik. Schön. Ja, ja, doch, das geht schon. Nehmen wir mal einen Platz. Jetzt mal über Belsak an. Und Jagd. Geil, in meiner Jagd hügt, machen sie nichts, weil ihr kein Wild mehr ist. Warst du wohl zu langsam. Ist irgendwie doof, ne? So, wer sagte gerade, hier sieht's schlecht aus? Ich nimm's zurück. Danke. Ich hab allerdings kein Eisen mehr. Ähm, also kein Eisen im Lager. Und ich kann hier nirgendwo welches neues abbauen, weil hier alles voll ist. Äh, und bei mir? Auch nicht. Ne, hier ist kein Platz zum abbauen, das ist das Problem. Wobei, da könnte es sogar passen. Aber ohne Schmelze dann. Ja, dann mach ohne Schmelze. So, mach ich gleich Warte. Oh mein Gott, das Lager hat noch drei Verteidiger, das mach ich jetzt kalt. Oh, da ist anscheinend viel nachgespawnt. Ja, mal gucken. Ne, da passt nichts hin. Da unten ist auch alles voll. Oh, perfekt, wir haben Nacht. Oh ja. Das ist ja mal richtig perfekt für mich. So, erledigen wir mal die Zwergenkämpfe hier. Mehr. Ein Gletschertracht. Oh, fuck. Geht da eigentlich sofort ein Lager hinter? Wahrscheinlich. Ne, noch nicht. Krass, geh mal hin. Schlag unsere Gebäude an. Wä? Da komm, da kommt gleich ein... Auf. Ein ganzes Bataillon. Soldatenbataillon einsatzbereit. Ja, so ungefähr. Und Eisenschnäbel sind unterwegs, ne, die sind gleich da. Okay. Und mein Held ist auch unterwegs. Boah. Da oben ist noch ein Drachenlager, gut, das hole ich mir auch jetzt. Oh, und was und Landsknechte greifen meine Holzfäller an? Und... Egal. Die sind gerade alle nach oben gewandert. Ja, die Landsknechte... Also, der Holzfäller tut es nicht so schlimm. Also, wenn der kaputt geht... Sind die alle arbeitslos gewesen. Ich hatte sowieso überlegt, den durch einen Leichensammer zu ersetzen. Was? Ja, wär auch nicht schlecht. Loot. 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 Oh, haben die gerade... Ne. Auch mal wieder ein paar Arbeiter nachholen. Oh, scheiße, mein... Ich hab grad... Hä, wieso? Was jetzt hier passiert? Oh, mein Held ist gestorben. Und, äh... Wurze? Ähm... Könnt ihr mir bitte jemand oben helfen? Äh... Ich hab... Ich bin grad mitten in der kleinen Schlacht. Ich... Ich hab da gerade ein kleines Problem mit einer... mit einem halbes Dutzend Kletschertracklinge. Ach, du heilige... Äh... Ich bin auch grad bisschen beschäftigt. Halt die mal irgendwie... Ich geb mein Bestes. Ja... Komm schon, irgendwas muss ich doch jetzt haben. Und meine Brutstätte. Warte, ich versuche mit ein paar Fledermäusen die abzulenken. Wär ganz nett. Steinbrot... Alter! Wie schnell machen die mein Gebäude down? Ja, deswegen halt die irgendwie zurück. Meine Armee ist unterwegs. Äh, jetzt gehen sie erstmal auf, ähm... Genau, jetzt haben sie alle meine Arbeiter gekillt, jetzt gehen sie erstmal auf... Scheiße! Meine Arbeiter! Auf deine Arbeit, auf die Noxie! Boah, das gibt's ja mal gar nicht! Sofort aufhören! Ich bin unterwegs. Und für den Noxie machen wir ein bisschen schneller. Wir haben hier leichte Probleme, ne? Ich merk's. Oh ja, da kommt gleich noch eine Welle von... Zwergen. Noch mehr Fledermäuser, Fledermäuser, Fledermäuser. Was, da sind deine Truppen? Die haben sich grad in Luft aufgelöst. Ich baue mal ein paar Raufbolde oder schlechte? Ja, jetzt... Ja, mach ein paar schlechter. Mit Upgrade? Soll ich das Upgrade vorher machen? Ja, da kommt die Runny. Nein, brauchst du nicht. Ich glaub nicht, dass du allzu viele bauen kannst. Und halt die nahe Möglichkeit zurück, so schnell wirst du keine neuen bauen können. Sehr gut. Also, Nord-Westen ist geklärt. Glaube ich zumindest. Ich seh da jedenfalls nichts mehr. Das ist schon mal ein Anfang. Und da kommt noch ein Glätter drin? Pff, eh, noch nicht. Oh, jetzt guck ich mal, dass ich hier unten ein bisschen was verteidige. Oh, ich muss zurück, ich muss zurück. Meine Base wird gerade übelst. Ja. Ich versuch's hier aufzuhalten, Watter. Oh man, ich hab kein Eisen. Als nächstes werden sie wahrscheinlich mein Monument angreifen. Ach, scheiße, das Fehler. Ich halt sie auch so gut ich kann, Watter. Oh, komm. Oh, komm. Oh, solche. Ich muss jetzt auch noch mein Nahrungslager schützen. Ja, Phynoxi lockt die mal ein bisschen weg. Ähm, würde ich, wenn ich mich hier wegbewegen könnte. Mit dem gerade, dass ich die aufhalte, musst du dich begnügen. Mehr kann ich grad nicht tun. Okay, das reicht auch. Ja, ich seh's. Scheinen sich ja alle so ein bisschen zurückzuhalten. So, jetzt bei ein bisschen Hilfe glaube ich ganz praktisch. Äh, was? Scheiße. Versuch sich noch ein bisschen selbst zu heilen. Ja, gleich hab ich nicht. Solang es geht. Ja, ich kann grad nur erstmal noch durchhalten aktivieren. Ich komm dann irgendwann nach. Oh, ich bin gleich down. Spätestens wenn diese Gletscher-Drachlinge dort anrollen, bin ich down. Was dann, was jetzt der Fall ist und ich bin down. Ich hab auch keinen Köln-Schnitzer mehr, also. Dann versuch Arbeiter, versuch nicht zu sterben. Ich gebe mein Bestes nicht zu sterben. Aber es ist nicht so leicht. Ich schick nochmal ein paar Schattenflügel hoch, soviel ich kann. Wenn mein Schwarmeinheiten-Gebäude noch stehen würde, dann könnte ich wenigstens hier... Wo ist der? Geil! Oh, ich kann versuchen noch ein neues zu bauen. Ich baue mal noch ein neues Schwarmeinheiten-Gebäude. Boah! Na, da schaltet jemand an seinem Mikro herum. Eistracht! Ah, von Nordosten kommt, äh, Nordwesten kommt auch noch wieder was. Ich hab grad kurz gedacht, auch scheiße Eistrachtlinge, aber ne, die sind Stufe 22. Und die 24er, Jo, keine Stärken, das ist machbar. Schwer, es wird schwer, also nicht so einfach, aber es geht. Ich halt mal eben die hier unten auf. Ich komm hier grad nicht weg. Ja, das auch nicht, weil die Gegner campen jetzt hier vor meinem Monument gerade. Die Drachlinge, die eigentlich Kross vernichten wollten, sind es bei mir. Ja, dafür sind jetzt hier ne ganze Menge Zwergen älteste. Scheiß. Komm. Nein, 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 nicht sterben. Finoxen, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich halte dich, ich halte dich. Okay, Berserk an. Komm, 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 komm. Erstmal die Wunschna wegmachen hier, das ist ja unfassbar. Ah, solange ich nicht lebe, kann ich hier ähm, kann ich keine neuen Schwarm-Einheiten bauen. Ja. Ich sag dir, halt dich am Leben. Ja, jetzt, zack. Hallo. Na komm, verfolgt mich doch. Rennt mir hinterher, ja. So ist es richtig, rennt mir schön hinterher. So mach ich wenigstens minimalen Schaden. Ja, hier, ja, dich möchte ich auch mit einsammeln. Oh, oh, nein. Ich hab irgendwie dieses blöde Gefühl, dass das nichts mehr wird, weil auch mein Monument wird angegriffen. Ich hab kein Mana mehr. Oh, die zerhacken grad meine neuen Eisenschnäbel, die Drachen. Ah. Ist nicht so gut. Meine Totems haben auch kein Mana mehr. Ja? 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 Sauch, Hilfe! Zu mir! Hallo! Äh... Oh, oh. Schauen wir mal, was es hier in der Map noch so gibt. Scheiße. Ach, krass. Ist ja ernsthaft, da rennt die Fallgesau weg. Was soll ich denn machen? Kämpfen! Ja, kämpfen oder sterben. Und, yo, mein Monument ist weg. Ey, bleck! Ja, mein Monument ist weg. Ich versuch's nur noch aufzuhalten, so gut ich kann. Ich bin hier auch noch am Kämpfen, aber so ein Dreißiger Gegner dauert das ein bisschen länger. Gut, scheiß Wunsch, dann geh mir nicht auf die Nerven. Ich hab mir leider keinen Mana. Ich probier noch mal Eisenschnäbel zu bauen. Hey, aber meine Totems halten sich. Ich helfe dein Tote bis mal ein bisschen. Oh, oh. Das könnte es jetzt eventuell gewesen sein. Diese Bogenschützen, die mich da hinten die ganze Zeit abschießen, sind ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Aber lieber dich als meine Totems. Boah, Moment, ich geh jetzt mal zu den nervenen Bogenschützen, das ist ja unfassbar hier. Guck mal, ich hab nen Fanclub. Ach, krass, lockt ihn ja nicht alle zu uns. Ich versuch sie grad wieder rauszulocken. Oh, fuck. Sheet. Nein. Dich nicht heilen. Viel verlassen, schnell. So, geschafft. Noch halbwegs mit Ehre rausgegangen. Na, kommt alle mit. Der Odens Magier ist auch weg. Ganz toll. Hey, wir sind jetzt hier alleine. Gut. Ganz halten, Männer. Ja. Hm. Noch bin ich nicht eingefroren. Ich bin immer noch nicht eingefroren. Hey, das find ich toll. Wer hat... Wieso wundert mich die schlechteste Wertung nicht? Kross. Ja, mich wundert's auch nicht. Mit 13.000. Ich hab fast das Dreifer. Ich hab fast das Doppelte. Ist ja gut. 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 Hm. Ja und nun. Neue Strategie. Toll. Ja. Du überlegst sie bis zur nächsten Aufnahmeeinigung. Eine neue Strategie. Kann ja gleich noch weiter aufnehmen. Hm. Ne. Es ist 17. Es ist 18 Uhr 18. Und... Der Tag ist noch lang. Ja. 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 Ja, wir können ja heute noch aufnehmen. Aber eben, wenn dann erst später. Ja. Wie gesagt, er muss noch was anderes aufnehmen. Genau. Das kommt ja noch dazu. Und ich muss noch eine andere Strategie entwickeln. Entwickele er eine andere Strategie. Na dann. Man sieht sich. Jo. In der Nicht-Aufnahme. Oder in der Hölle. Wo auch immer. Ciao.